Und weiter geht die lustige Fahrt, Battlefield-Freunde. Wer hätt's gedacht, Battlefield 3 Portal-Gameplay. Kurzer Snippet, wie zuletzt zu den anderen zwei Eras, jetzt hier eben auch Battlefield 3. Das Ganze angefangen hier mit der M16A3 an der prägnanten Guard Station auf Caspian Border. Wird hier reingebuttert, einige Explosionen im Hintergrund, dann geht es weiter zum Startpunkt der Amerikaner auf Noscherkanäle oder auch den Nasenhaarkanälen. Schön mit den Ripboaten aus dem Flugzeugträger raus an die Container und dann schön in Close Quarter die Shotgun ins Fressbrett bekommen. Sehr coole Sache. Danach wieder mit dem Attack-Helikopter, den Apache, über die Bäume von Caspian Border. Eine meiner Meinung nach wirklich coole Karten. Das hat auch einen Grund, warum sie in diversen Battlefield-Teilen noch remastered wurde und jetzt hier eben auch in Portal zu Beginn Einzug hält. Der Hype-Zug fährt weiter, meine Damen und Herren. Damit hätten wir jetzt auch alle Clips zum Portal-Modus, was zumindest die Spielbahn-Version dort, also Battlefield 1942, Bad Company 2 oder Battlefield 3 angeht. Haben wir jetzt hier gesehen und es ist ja nicht mehr lang. Dann können wir das selber endlich anspielen. In diesem Sinne, verpasst ihr auf jeden Fall kein Video mit dem Abo und wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Euer Lost. In diesem Sinne, verpasst ihr auf jeden Fall kein Video mit dem Abo und wir sehen uns im nächsten Video.